Die Gesamtbewertung für diesen Einhell-Artikel ist 8.4 von 10 Punkten. Wir bewerten es als die beste Wahl. Dies sind seine Stärken, für kleine Räume geeignet, Preis-Leistungs-Verhältnis, Wärmeleistung. Am Ende der Beschreibung dieses Videos finden Sie den Link zu weiteren Informationen oder den aktuellen Preis dieses Produkts. Die von unserer Redaktion vergebene Entnote für dieses ProBris-Produkt lautet 8.4 von 10 Punkten. In dieser Auswahl ist es das beste. Die Stärken sind Preis-Leistungs-Verhältnis, für kleine Räume geeignet, Wärmeleistung, Wärmeleistung. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink mit weiteren Informationen und dem aktuellen Preis. Die Entnote für dieses Sichler Haushaltsgeräteprodukt ist 7.8 von 10 Punkten. Es ist das offensichtlichste in dieser Auswahl. Seine Eigenschaften sind Preis-Leistungs-Verhältnis, für kleine Räume geeignet, Wärmeleistung, Wärmeleistung, Geräuschbegel. Sie können dieses Produkt kaufen oder weitere Informationen erhalten, indem Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung klicken. auszuri die ein 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 Bis zum nächsten Mal.